Ein herzliches Hallo! Endlich noch auf Deutsch sprechen! Ich bin leider mit Schweizerdeutsch dabei, aber ich verstehe mich trotzdem. Ich kriege Untertitel. Okay, ja prima, ihr zwei seid bei mir in der Werkstatt und ihr wollt irgendwas von mir, habe ich gehört. Ja genau, ein Bastelkit. Ein Bastelkit. Ja, und sind die dir rausgegangen. Genau, dass sonst irgendwas von dir gibt es praktisch und wir kreativ gefordert werden, damit wir irgendwas daraus basteln können. Okay, ein Gegenstand, zwei? Das kannst du sagen, wie du willst. Das hängt voll ab von dir. Okay, Holz, Metall, alles egal? Ganz schwierig zu kombinieren. Wir müssen was daraus bauen und dürfen auch nur Zeug benutzen, wo bei uns eine Werkstatt rumliegt. Also wir dürfen nichts dafür kaufen. Also es muss ein komplettes kreatives Bestandsprojekt sein. Gut, okay. Ich gehe einfach mal so ein bisschen hier um die Ecken und zwei Sachen für jeden finde ich gut. Zum Beispiel? Ja, gut. Geil, ist egal. Doch, guck mal. Das finde ich schon mal nicht verkehrt, so ein riesen fettes Kugellager. Das glaube ich für dich eher was, ne? Gut. Das passt irgendwie auch gut zusammen, ne? Super, super. Geil, ich bin gespannt. Ja, scharf. Und was misst das? Druck. Also ich habe ein Kugellager bekommen, ein richtig grosses und ein Manometer. Sagt man dem so, Hassan? Barometer, oder? Nee, Barometer, also für die Temperatur. Luftdruck. Nee, das ist Hermometer. Aber wenn ich hier ein Bar Druck habe, dann ist das ein... Barometer. Ein Barometer. Oder? Manometer. Okay, schreibt in die Kommentare. Barometer, Manometer. Unten hinschreiben, was du siehst. Jetzt aber, äh, Bierchen trägen. Oder so, ne? Schön, dass ihr da seid. Gut. Musik 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 I can't wait to show you guys What? If you're interested in that, make sure to subscribe or to follow me on Instagram. Thank you so much. Alright guys, see you soon. Bye bye.